Oh, lecker, ein Joghurt, was ist das? Schoko oder Vanille? Verfatze jetzt, den hab ich zuerst gesehen, das ist meiner. Hau ab, ey. Oh, jetzt, komm halt, ich will doch nur ein bisschen was probieren von deinem Joghurt da. Ja, so jetzt, danke. Sollen die Nummer jetzt? Nicht zu fassen. Das ist nicht dein Ernst. Reicht Schluss, aus, Feierabend.